Heute gehen wir zum Mariette Hotel, heute ist die Jobfair von der UHI und von der Jena, die das ganz fleißig organisiert hatten. Das waren die zwei Damen bei unserem kleinen Promotion-Video, was sie auch hochgeladen hatten. Und Lina, die andere Dame. Wir gehen jetzt hin, machen ein bisschen Töck-Pop heute wieder und Netzwerken und es kommen auch ein paar Kontakte von uns. Mit da sind wir alle zusammen, haben so einen kleinen Lunch und wir machen auch so professional Fotos von uns für unsere dann bald neu designte Webseite. All the white ist der Dresscode, also oben zumindest. Und ja, wir freuen uns schon und wir hoffen, dass euch auch dann unser kleiner Blog dazu gefallen wird. Wir gehen jetzt erstmal direkt ruhig suchen. So, wir kommen jetzt zum Mal und schon, wenn wir uns bei uns auf die Messe kommen, mal schauen. die chancen stehen sehr hoch wir schätzen die möglichkeit auf 99,9 prozent ein der zum spaß da reingehen sondern zu uns kommen müssen wir sie gleich mal suchen aber die wahrscheinlichkeit dass sie zu uns kommen schätzen wir doch bei 90,99